Die oberste Geschossdecke eines Hauses birgt viel Energieeinsparpotenzial. Energieberater Thomas Schenk erklärt, warum sich die Dämmung der obersten Geschossdecke lohnt. Das ist ein Bauteil, wo sehr kostengünstig zu dämmen ist und wo ich doch dann erhebliche Energieeinsparungen realisieren kann. In diesem Haus in Gomaringen im Kreis Tübingen ist das Dach bereits gedämmt. Da die vorhandene Dachdämmung die erforderlichen Dämmstärken von über 20 cm nicht erreicht, ergibt die Dämmung der obersten Geschossdecke Sinn, um das erneuerbare Wärmegesetz zu erfüllen. Soll diese gedämmt werden, ist es zunächst wichtig, den Aufbau der bestehenden Decke und des Bodens zu kennen. Wie ist dieses Bauteil in Augenschein zu nehmen? Sich dieses Bauteil in Augenschein zu nehmen, auch besonders hinsichtlich der Anschlüsse. Das ist Kamin, das sind Durchdringungen, das sind Anschlüsse am Eckbereich. Und dann auf jeden Fall auch, wie ist diese Decke aufgebaut, haben wir entsprechende diffusionsoffene Schichten oder dass es eine geschlossene Decke geht. Und entsprechend dieser Materialien dieses Aufbaus muss ich danach die entsprechende Dämmung wählen. Bei den Decken gibt es in der Regel zwei Konstruktionsarten. Die Dämmung der obersten Geschossdecke war in diesem Fall aus Sicht von Energieberatern und Bauherren. Die wirtschaftlichste Möglichkeit, um das erneuerbare Wärmegesetz zu erfüllen. Geplant war der Aufbau einer nach unten luftdicht abgeschlossenen Konstruktion. Als erste Schicht wird dazu eine Luftdichtheitsfolie ausgelegt und mit großer Sorgfalt auch in den Ecken und am Sockel befestigt. Worauf es ankommt, erklärt Energieberater Andreas Kimmaller. Wichtig sind diese Überlappungen, die dann von der Folie automatisch gebildet werden, dass sie dann nachher eben mit einem Klebeband auch sauber abgeklebt werden. Wenn man das hier jetzt nur ankleben würde an der Schwelle, dann würde ja hier, wo der Handwerker seine Hand hat, eben ein Stück fehlen. Also wegen dem klebt er das jetzt eben auch drüber, sodass wir einen kompletten Übergang haben von... also dass die Folie eben komplett abgeklebt wird. Nach und nach wird die Folie verlegt und verklebt. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird die Dämmung aufgebracht. In Gomaringen sind es Dämmplatten. Es kann aber auch Schüttdämmung aus Zellulose sein. Wichtig ist dabei die sorgfältige Arbeit, vor allem in den Ecken. Besonders akkurates Arbeiten ist bei Durchdringungen durch Leitungen oder Bauteilen wie Kaminen gefragt. Den Abschluss bilden dann Platten, die den Dachboden wieder begehbar machen. In zwei Arbeitstagen ist die Dämmung der obersten Geschossdecke komplett abgeschlossen. Die Bauherren haben mitgeholfen und dadurch Geld gespart. Mit handwerklichem Geschick ist die Dämmung einer obersten Geschossdecke auch komplett in Eigenleistung möglich. Auf jeden Fall ist aber eine sorgfältige und professionelle Planung notwendig, damit keine Bauschäden entstehen. Die Gomaringer Bauherren freuen sich nicht nur über die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften in Baden-Württemberg, sondern auch über viel geringere Heizkosten und ein besseres Wohnklima. Auf jeden Fall ist die Dachboden feitiites von Dorf. Vorher die Dachboden 싶은el ist, dass die Dorf! Die Dachboden einen neuen Diemests-Dachboden- proudly brechen. Y Neue und Herr Europol E G più Deine Darebergre Hobby Of course! Und die das котор Martina Bogen zuverleuchte ist mit Anち nur wel given Das zu beden,